Das ganze Jahr über ist Vereisung im Flug ein wichtiges Thema bei der IFA-Fliegerei. Es gibt verschiedene Arten von Eis, es gibt glattes, eng anliegendes Eis, es gibt Eis, welches zack nach oben bildet, es gibt Eis, was zack nach unten bildet. Die Quantität und die Qualität der Vereisung ist schwer reproduzierbar oder verständlich und meistens ist es so, dass man irgendwann rausschaut und eine Vereisung feststellt. Manchmal schon etwas stärker, manchmal auch eine etwas leicht entwickelnde, aber der wirkliche Verlauf im Flug zu protokollieren oder das mitzubekommen ist doch eher schwierig, sondern man hat danach immer einen Flug vor und sagt, ja, da war Eis, ich habe es irgendwann gekriegt, irgendwann war es wieder weg, aber nicht mit einer wirklich nachvollziehbaren Systematik behandelt. Das Beste ist natürlich, Vereisung komplett aus dem Weg zu gehen. Selbst mit Boots oder einem TKS-System ist nicht sichergestellt, dass die Menge an Eis, die auf einem treffen kann, wirklich sicher entfernt und weggebracht werden kann. Nichtsdestotrotz lässt es sich aufgrund der schwierigen Vorhersagesituation und der teilweise überraschenden Auftretens nicht wirklich verhindern. Und so ist es mal ein Bericht wert, wie man sich mit Vereisungen und dem Umgang damit auseinandersetzen kann. Ja, die üblicherweise glatte Vereisung, ich nenne es mal Klareis, die man im Flug aufgabelt, ist meistens aus Regen oder gefrierten Regen. Sie hat im ersten Moment keine wirkliche Auswirkung auf den Flugverlauf, kostet ein paar Knoten Geschwindigkeit, aber ist auch vom Gewicht und von aerodynamischen Störungen her nicht besonders unangenehm. Eine andere Möglichkeit des Eisansatzes, das sind die Eiszacken, die sich nach vorne rausarbeiten und auf die Flügelkante raufsetzen. Das ist aerodynamisch extrem wirkungsvoll und zwar im negativen Sinn. Es kann die Steigleistung unheimlich reduzieren, sogar eine kleine 3 mm, 4 mm Dicke Eiszacken nach vorne, schon die Steigleistung um 500 Fuß reduzieren. Im Flug sind dann schnell 20, 30 Knoten weg und das macht bei einem längeren Flug keinen wirklichen Spaß damit weiterzuarbeiten. Genug der Vorrede, jetzt geht es darum einen reellen Flug zu analysieren, sowohl die Zellersituation im Vorfeld als auch die Wetterentwicklung im Flug. Und da steigen wir jetzt gleich ein. Fangen wir erstmal an mit der Großwetterlage, 6 Uhr UTC. Wir fliegen von Ost nach West gegen eine Warmfront, die Teil eines Sturmtiefs über der Nordsee ist. Gegen 12 Uhr soll die Front sich dann mehr oder weniger über der Mitte Deutschlands befinden und wir schon durch sein. Wenn wir uns dann den Flugverlauf anschauen und die Vorhersage, die errechnet wurde an dem Modell von den Werten am 16.12. um 6 Uhr UTC, gibt es dort eine, sagen wir mal, minimale Eisvorhersage, irgendwo zwischen Flugfläche 5.0 und 100. Über 100 sollte das komplett raus sein. Was man jetzt hier schon schön erkennt, das ist, so ab die Bier, die Temperatur vom Boden her stark ansteigt, was natürlich Kern einer Warmfront ist und da warme Luft rangefüllt wird. Ja, mit den 18 Uhr Sublutaten vom 16.12. kam schon ein etwas anderes Ergebnis raus. Hier gab es dann einen Vereisungskern zwischen Flugfläche 7.0 und 8.0, irgendwo Richtung deutsche Grenze, deutsche Westgrenze. Darüber sollte eigentlich alles frei sein und somit der Flug on top in möglichst kalter Luft durchführbar sein. So sah dann die Flugplanung auch aus. Zu Anfang beim klaren, schönen Wetter so hoch wie möglich steigen, um dann in möglichst kalter Luft diese Front zu passieren. Umso kälter die Temperatur, umso geringer die Chance auf Eis. Wenn es dann doch zu einer Vereisung kommt, war es sehr gut möglich, oder war der Plan, durchzusinken in die warme Luft rein, um dann sozusagen das Ganze wieder loszuwerden oder diesen Vereisungsbedingungen aus dem Weg gehen. Also zusammengefasst hoch angreifen, reintauchen und hinten zum Warm wieder raus. Hier ein Wort natürlich noch zum Wind, der logischerweise aufs Westen kommt, wenn man Richtung Westen fliegt. Ich habe vorher gesagt, dass hier irgendwas mit 30 bis 40 Knoten umso höher, umso stärker, so war es natürlich eine andere Überlegung, nicht zu hoch zu fliegen, um nicht zu viel Wind auf der Nase zu haben und trotzdem in kalt genug Luft unterwegs zu sein. Das nächste, was wir uns anschauen, ist der reelle Verlauf dieser Front. Es ist ein 4-Stunden-Loop und man kann sehen, dass die Front schon sehr viel Energie verloren hat an den Tops. Zwischen Gelb-Rot ging das Ganze jetzt runter zu Blau. Der Höhepunkt muss irgendwo über der östlichen Nordsee gewesen sein und flacht sich jetzt ganz ab und ist dabei zu okkludieren und zusammenzufallen. Und umso weniger Energie in der ganzen Sache ist, umso weniger Eis, umso weniger Turbulenzen sind zu erwarten. So, jetzt steigen wir ein ins Wettergeschehen während des Flugverlaufs. Wir haben drei Ansichten. Das linke ist die Infrarotaufnahme der Satellitenfilm. In der Mitte haben wir das Niederschlagsradarbild vom Deutschen Wetterdienst und rechts haben wir das Onboard-ADL-Niederschlagsgebiet, was aus den Daten des Deutschen Wetterdienstes errechnet wird, aber natürlich etwas anders dargestellt wird. Was ich da sehe, hat mir erst mal so weit recht gegeben, dass die Front viel Energie verloren hat, weil wir keine massiven Niederschläge mehr haben. Weniger Niederschläge, weniger Feuchtigkeit, weniger Energie, weniger Eis. Wäre das jetzt ein durchgängiger, gelb gepixelter Balken gewesen von Nord nach Süd, wäre ich da gar nicht hier rein oder weiter geflogen, sondern wäre abgedreht. Und so sah es aus, dass die Sache schon etwas am Abklingen war und mit etwas taktischem Fliegen man um die gröbsten Dinge herumkommen sollte und somit die Sache passierbar wäre. 15 Minuten später hat sich nicht mehr verändert. Es gibt ein sterles Niederschlagsgebiet nordwestlich. Dass ein Umfliegen Richtung Süden als sinnvoll erscheinen lässt. Man kann sehr gut erkennen, dass die Front auf den Infrarotaufnahmen mit den Niederschlägen am Boden sehr gut übereinstimmt. Da, wo die Front höher aufragt und somit noch mehr Energie vorhanden ist, sind auch stärkere Niederschläge, sodass ein Ausweichen zu den Gebieten, wo wenig Niederschlag ist, auch annehmen lässt, dass dort die Front niedriger, die Tops niedriger sind, als auch die Energie und das Eis, was dort vorhanden ist, geringer ausfallen sollte. Beim Erreichen des Niederschlagsgebiets geht die ganze Sache dann in AMC über. Eis oder Regen, wo er nicht vorhanden ist, passierte gar nichts, es war minus 9 Grad, Flugfläche 120 und bis auf den Gegenwind in dem Moment nichts weiter aufregend ist. Zufällig und glücklicherweise gab es dann einen Direkt nach APEC, der den gesamten Flugverlauf weiter Richtung Süden verändert, in die richtige Richtung, wo man sowieso hinwollte, das passte sehr gut. Die Freude wehrte nicht lange, einige Minuten später gab es einen Direkt nach Golf Mike Hotel, was den Flugverlauf wiederum Richtung Norden verändern wird und somit dichter an die Niederschläge, an die mittleren, heranführen wird. So, nach 15 Minuten AMC unter 0 Grad bei Visible Moisture gucken wir doch mal, wie das aussieht. Nach vorne sieht man nicht viel, es ist grau, die Scheibe ist sauber, das ist erstmal positiv. So gut wie die Scheibe aussieht, sehen auch die Flügelvorderkanten aus. Alles sauber, alles gut. Man kann in den Stroop-Momenten ganz gut erkennen, dass dort Eiskristalle unterwegs sind, die aber scheinbar so kalt sind, dass sie nicht an der Außenhöhle ansetzen als Eis, sondern einfach nur vorbeifliegen. Drei Minuten später ist die Schreibe immer noch wunderbar sauber, als auch die Flügelvorderkante und somit kann man sagen, dass erstmal das reine Einfliegen in dieses AMC keinerlei Auswirkung auf einen Eisansatz hat. Nun ums 7.30 Uhr wird da, zeigt immer noch auf der Flugroute diese mittleren Niederschlagsgebiete, sodass es bald Zeit wird, Richtung Süden dort auszuweichen. Man kann jetzt auf dem Niederschlagsradar ein Stück weit erkennen, dass die Front etwas vorausgeeilt ist und das Niederschlagsradar oder der Niederschlag etwas dahinter hängt. Das hängt vielleicht mit dem Abschwächen jetzt in dieser Phase zusammen. Ja, und so sah das Ganze dann um 7.30 Uhr im Flug aus. Die Scheibe ist sauber, die Flügelvorderkante ist sauber. Alles noch so, wie man es sich wünscht. Das gleiche Bild dann auch fünf Minuten später. Immer noch Scheibe und Flügelkante sauber. Nun befindet sich die Maschine südlich von Golf Mike Hotel. Das ist genau ungefähr die Position westlich von Köln. Dort sehen wir dieses grüne, hellgrüne, hellergrün und dann wieder dunkelgrüner während dem Niederschlagsgebiet mit Flugrichtung mehr oder weniger Richtung Köln. Direkt über Köln sind auch gelbe Punkte. Das passt hier sehr gut zu mir, Schlagsradar vom DWD. Genau da ist momentan der stärkste Niederschlag. Ich denke, ich kann dann wieder direkt auf Kurs gehen bei Gelegenheit. Die Flügelvorderkanten sind immer noch blitzblank. Vito-Hit ist sauber. Wir haben immer noch ganz leichte Flöckchen im Blitz. Aber Frontscheibe ist sauber. Alles gut. Wieder zurück auf den Kurs zu gehen war keine gute Idee. Es gab ein Direkt nach Romin, also ungefähr ein Heading von 285 Grad in Sprach und direkt nach Köln zum Niederschlagsgebiet führte. Zum gleichen Moment wurde auch ein Light Icing reported von einer anderen Maschine. Die Frontscheibe geht sofort zu und es beginnt unter der Tragfläche so eine Art Raureif sich zu bilden. Das sieht man zu Anfang nur an den schwarzen Buchstaben. Das Ziel zieht sich aber über die ganze Fläche. Das schaue ich mir auch nicht besonders lange an, sondern bitte gleich um einen Erwohltedding 15 Grad nach links. Und dementsprechend wird der Flugweg jetzt verändert. Die Trujahspeed reduziert sich um ungefähr 10 Knoten durch die jetzt eingesetzte Vereisung. Zu diesem Zeitpunkt ist die Außentemperatur von minus 9 auf minus 6 gestiegen und das hatte sofort Auswirkungen auf den Eisansatz am Flugzeug. Ja, vielleicht noch ein Wort zu Turbulenzen. Der gesamte Flug war sehr ruhig. Es gab nur 2-3 Minuten ganz leichtes Gewackel. Das war gut zu ertragen. das war gut zu Atme von der St. Kaffee kommt. Musik Und so sah das Ganze um 8 Uhr aus. Der Flug Richtung Köln, direkt auf das gelbe Niederschlagsgebiet zu, kurz vor dem Abdrehen nach Südwesten. Passt genau zum Niederschlag vom Deutschen Wetterdienst als auch mit dem Frontverlauf. Jetzt können wir mittlerweile die Eisbildung unter der Tragfläche besser erkennen. Und so etwas habe ich in der Form noch nie gesehen oder noch nie von gehört, dass das passiert. Da fängt sich etwas aufzubauen, was man sehr gut beobachten muss. Jetzt gibt es einen Blick aufs Höhenruder. Das sieht schlechter aus als die Tragfläche. Hat auch diese klassische Vereisung an der Flügelvorderkant mit einem leichten Zugdach unten. Aber wenn man genauer hinsieht, kann man da noch sehr gut die Struktur erkennen von den Metallblechen, sodass man da sagen kann, dass das vielleicht 3-4 Millimeter sind, die da drauf backen. Ja, mittlerweile ist die Trujaspid um ca. 15 Knoten gefallen. Der Wind frischt noch etwas auf, sodass 40 Knoten auf der Nase standen, sodass man sich über den Grund nur noch mit 80-90 Knoten bewegt hat, was ein schnelles Verlassen der Vereisung nicht wirklich zuträglich war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, bei der linken Tragfläche sieht man jetzt sehr schön, wie hell es da schon ist. Und hier wäre eine Kursendung sicherlich gut gewesen, um dem dickeren Vereisung aus dem Weg zu gehen. Stattdessen ist das etwas zaghaft mit 15 Grad nur gewesen. Und deswegen wird auch eine etwas stärkere Vereisung gleich getroffen. Besonders zu beobachten ist natürlich jetzt die Vereisung unter der Fläche. Wäre man mit Boots ausgestattet, würde das nicht helfen, dort der Vereisung herzuwerden, sondern das würde sich weiter aufbauen, ganz zu schweigen davon, wie es bei einem Tiefdecker laufen würde, wo ich gar nicht sehen kann, dass sich dort solche Eismassen anfangen zu bilden. Ich schalte nun die Propellerheizung ein. Es gab zwar noch keine Vibrationen, das war eine vorbeugende Maßnahme. Ja, die 2R Speed ist mittlerweile um knapp 30 Knoten gefallen. Die Nase hat es ungefähr auf 3, 3,5 Grad hochgenommen, um die aerodynamische Verschmutzung und natürlich die Last zu tragen. Am schlechtesten sieht bis jetzt das Hirnruder aus. Und das ist ja auch der beschränkende Faktor, so wird es wirklich Zeit, jetzt hier rauszukommen. Und das ist ja auch der Schmerz, der Schmerz, der Schmerz, der Schmerz. Schmerz, der Schmerz, der Schmerz, der Schmerz. Ja, das 8.15 Uhr zeigt dann auch ganz gut, wo das Eis herkommt. Genau zwischen zwei mittleren Niederschlagsgebliebenen, gefangen oder durchflogen, ist dort sehr viel Feuchtigkeit in der Luft, die sehr gut angesetzt hat. Jetzt gucken wir uns die Wettersituation nochmal etwas genauer an. Die Maschine befindet sich genau zwischen Köln und Bonn, ungefähr bei EDTK. Und wie man sicherlich erwarten kann, zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr kriegt sie diesen gelben Niederschlag, der dort in südöstliche Richtung zieht, voll ab. Wenn ein irres und energerisches Ausweichen Richtung Süden erfolgt wäre, hätten da 20 Meilen, 30 Meilen genügt, um dieser doch deutlichen Vereisung aus dem Weg zu gehen. So, die Eiszapfen unter der Fläche haben sich noch besser herausgebildet. Mittlerweile hat auch die Flügelvorderkante richtig was auf die Nase bekommen. Und die Troja Speed ist um insgesamt 40 Knoten gefallen. Es ist jetzt der Moment, wo ich den Decent requeste. So, und jetzt nehmen wir unseren Arsch hier raus, runter in die Wärme. Geschwindigkeit, weil wir wollen auch irgendwann mal ankommen. Nun starte ich den Sinkflug mit 200 Fuss pro Minute auf Flugfläche 7.0. Wollen wir mal gucken, dass wir wärmere Luft finden. Wir gehen jetzt der Vereisung aus dem Weg und natürlich dem Gegenwind. Wollen wir mal gucken. Das 8.30 Uhr Wetter zeigt dann auch, dass das Gröbste geschafft ist und nur noch mit leichten Niederschlägen zu rechnen ist. Das stellte sich danach heraus, dass die Sichten besser wurden, dass man durch die Wolken durchgucken konnte und dass der übrige Niederschlag das Eis abgespült hat. So, Flugfläche 75, außer der Tampelschaft minus 1 Grad und die ganze Waffe fängt an, um sich aufzulösen, sodass 6.0 perfekt ist. Jetzt sieht das Ganze für den Moment noch mal schlimmer aus, als es vorher war. Der nun fallende Regen hat sich natürlich auf die kalte Ausnahme erstmal raufgepappt und sich mit Eis verbunden und ein bisschen gebraucht, das aufzutauen. Besonders im Bereich der Tanks, die definitiv 0 Grad waren, hält sich das Ganze doch noch ein Weilchen. Durch den jetzt andauernden warmen Niederschlag und auch durch die wärmeren Luft geht das Ganze recht hoch ran, sodass wir in Beliwien wieder unsere standardisierte Reisengeschwindigkeit von 160 Tass aufnehmen können. Achtung, beste 10 im Flug. Damit war der Durchflug geschafft. Zur Front selber sollte man noch sagen, dass sie am Nachmittag einen Sieg mit ausgelöst hat mit starker Vereisung über den ganzen norddeutschen Raum. Da scheint noch einiges an Energie freigesetzt worden zu sein. Am Nachgang muss man sagen, dass der Plan grundsätzlich gut aufgegangen ist. Die Sache hoch anzugreifen, um dann im richtigen Moment nach unten in die warme Luft abzutauchen. Sicherlich hätte man auch von vornherein eine viel niedrigere Flughöhen-Plusgraden versuchen können zu wählen. Allerdings, wenn dann etwas Unvorhersehendes geschieht und man doch Eis ansetzt oder es kälter ist, als vorher gesagt, hat man nur noch wenige tausend Fuß, die man aufgeben kann. Und da kommt man dann sicherlich eher mit Schwierigkeiten als in Flugfläche 120. Ja, die gewählte Flugfläche 120 war sicherlich nicht ganz falsch, aber man hätte doch höher rangehen sollen. Es war so ein Abwägen zwischen Gegenwind und Gefahr der Vereisung. Ich werde in Zukunft definitiv jeden Gegenwind der Vereisung vorziehen. Bei den Temperaturen und Beladung hätte sich locker die 160 und vielleicht sogar die 170 oder 80. Ich denke, in der Summe hätte das die Flugzeit selbst mit Steigflug nicht wirklich negativ beeinflussen. Ja, weiterhin hätte ich das ADL in der interessanten Phase auf eine viel höhere Auflösung stellen können von der Datenrate, um etwas feinere Cluster zu bekommen, um ein besseres Gesamtbild mir machen zu können. Genauso hätte ich mir auch gewünscht, dass es dort eine größere Abstufung gibt, wie beim Deutschen Wetterdienst mit sieben Farben statt mit drei. Auch das wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen. Dann hätte ich dem Ganzen noch etwas energischer ausweichen müssen in Richtung Süden. Ich habe dort das Licht gesehen durch die Wolken und hätte ich mich Richtung Licht orientiert, wäre ich sicherlich nicht in so starke Vereisungsbedingungen eingeflogen, wie es jetzt doch passiert ist. Da etwas energischer ist sicherlich die richtige Form. Natürlich wäre auch ein Onboard-Wetterer da sehr nützlich gewesen. Das hätte geholfen, die wirklichen Feinheiten jetzt im nahen Umfeld zu erkennen. Aber was man nicht hat, hat man halt nicht. Zum Eis selbst muss man sagen, dass es komplett unkalkulierbar ist in Form, Menge und Ort, wo es ansetzt. Dass unter der Tragfläche sich solche Eisgebilde ansetzen können, war mir neu. Habe ich noch nie gesehen. Und sollte man auf jeden Fall den Hinterkopf haben, selbst wenn man mit Boots unterwegs ist und denkt, die Vorderseite ist ja schön frei, kann man sich da eine Menge ranschleppen. Ja, auch hier war natürlich wieder das Thema, mit welchem Flugzeug kann man sowas machen. Leistungen kann man nicht genug haben, aber das wichtigste war natürlich der Way Out, die warme Luft unter und vor einem, die sozusagen einem jederzeit den Arschen retten konnte. Wäre am Boden Minustemperaturen gewesen, wäre es natürlich auch in der Höhe kälter gewesen, hätte man vielleicht gar kein Eis angesetzt. Aber das Risiko sollte man wahrscheinlich nicht spielen, weil mit so einer Eismenge dann tatsächlich einen Anflug machen zu müssen, gehört sicherlich zu den etwas unschöneren Aufgaben. Auch war es sehr wichtig, dass der gesamte Flug und der Frontenverlauf über mehr oder weniger flaches Gelände geführt hat. Wenn solch ein Wettersystem gegen die Alpen drückt und eine Staulage bildet, wird da natürlich noch mal eine ganz andere Dynamik entstehen. Genauso hätte ich auch nicht versucht zu starten und in die Front rein zu steigen, um sie von unten sozusagen aufzurühren. Das schafft mein Flugzeug nicht, das würde sich da eher völlig festhängen in ein paar tausend Fuß. Das geht nur, wenn man genügend Höhe vorher sicher erreichen kann, um dann sie zu passieren. Oder wenn man schon direkt drunter ist, dann flach rausfliegt und gar nicht erst die Null-Grad-Granze erwischt. Und somit ist es, wenn man Eis vermeiden will, der gute Tipp, so früh wie möglich, so hoch wie möglich zu steigen, weil wenn man erst mal das Eis dann bekommt, und es fängt meistens überraschend an und geht dann doch recht schnell, ist die Örodynamik so im Eimer, dass man dann auf jeden Fall nicht mehr steigen kann und dann bleibt einem nur die Geschwindigkeit aufzugeben und irgendwann die Höhe. Frage 6 8 14 14 20 21 22 23 last